Von Sankt André im Lavandal geht's jetzt ab nach Berlin. Mit einem Hit von Melanie Fiona geht sie ins Rennen. Die zwölfjährige Paulina. Also ich bin die Paulina Verretti. Ich bin zwölf Jahre alt und bin aus Berlin. Ich singe beim Kiddy Contest den Titel Tussi. Also das Original von Tussi ist von Melanie Fiona und es heißt Monday Morning. I don't want to believe, but I'm leaving me the way. So läuft das Leben als ober Tussi. Gebarr aus Make-up und Bussi, Bussi. Im Tonstudio hat es Spaß gemacht. Der Klang war echt super. Das Klang wie verzaubert. Ich bin ein großer Fan von Christina Aguilera. Denn sie hat eine super Stimme. Und ich möchte auch mal so singen wie sie. Saxophon lerne ich schon zwei Jahre, glaube ich. Und das macht mir auch da Spaß. Soll ich euch was vorspielen? Soll ich euch was vorspielen? Was ist eigentlich eine Tussi, Laura? Was ist eine Tussi? Äh, ein hochnäsiges Mädchen, was sich für alles zu gut ist. So siehst du das? Aha. Okay. Wie siehst du Dominik? Na ja, eigentlich ist das eigentlich eh genau das, was sie gesagt hat. Und seid ihr euch da einig? Sie seid eingebildet. Eingebildet ist die Tussi. Na schauen wir mal. Ich würde sagen, die Paulina, die kann ein Lied davon singen. Und zwar singt sie Monday Morning. Bei ihr heißt's Tussi. Und wir wissen gleich, was eine Tussi ist. Hier ist Paulina mit Start Nummer 05. Sie sind fast wie Barbie-A-Hoods, sie tragen nur Pint, das ist ihr Ding. Sie putzen sich wie Modelfraus, sind auch poliert und perfumiert. Und vom SMSern sind sie total besessen, kichern ständig ohne Grund. Sie knippern mit den Wimpern und finden alles geil, backen mit dem Hinterteil. So läuft das Leben als Obertussi. Gebaut als Mäger und Wussi, Wussi. Mit Litzsachen ist an ihren Ohren. In Tussi-Tanien sind sie geboren. Aufgepunst wie ein Weihnachtsbaum. Sie quatschen nur über ihren Lohn. Das Haar ist voll mit Styling-Schaum. Und das Gehirn voll mit Modenschmur. Seh ich ihren Dauergrinser. Bekomm ich jedes Mal einen riesen Lachenfall. So läuft das Leben als Obertussi. Gebaut aus Make-up und Wussi, Wussi. Sie gehen jeden Sonntag ins Fitnessstudio. Und nur zu zweit aufs Damen-Klob. So läuft das Leben als Obertussi. Als Obertussi. Als Make-up und Wussi, Wussi. Findet ihr nur eine Tussi. Oh-oh-oh-oh. んだem will sie in der Klubs-Klob. forces Nein! Sie tussust von unserer Schule. Yeah! 土-sie to sing! Ich bin keine und werd nie eine so eine Tussi. Ich kenne sie schon und ich weiß, sie ist absolut keine Tussi. Hast du gut gemacht, Paulina. Du hast deinen Auftritt wirklich ganz toll gemacht. Sag mal, komm ein bisschen zu mir nach vorne. War das jetzt dein erster großer Auftritt oder hast du schon so große Auftritte hinter dir? Also mit so vielen Leuten, auch vor dem Fernseher, glaube ich nicht. Aber schon mit vielen. Kennst du das, auf der Bühne zu stehen? Ja. Du spielst ja auch Saxophon, wir haben ja schon ein bisschen was hören dürfen. Sind bei dir in der Familie alle so musikalisch? Also eigentlich nur mein Bruder, denn der ist DJ. Der ist DJ, ah, der ist wahrscheinlich sehr cool, oder? Ja. Hallo Bruder, du wirst dich noch freuen, denn wir haben heute wirklich coole Stargäste. Ein bisschen später, jetzt gibt es mal einen Applaus für deine Schwester, Paulina mit der Startnummer 05. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.